Die Tevion SC7 Digitalkamera mit 14 Megapixel und einem 7-fach optischen Zoom für detailreiche Aufnahmen in brillanten Farben. Die Tevion SC7 mit 14 Megapixel und 7-fach optischem Zoom ist hervorragend geeignet, um auch weit entfernte Motive als Foto- oder HD-Video aufzunehmen. Fotos können bis zur Postergrösse gedruckt und Videos in einer bestechenden HD-Qualität auf einem TV-Gerät oder dem Computermonitor wiedergegeben werden. Durch den optischen Bildstabilisator gehören verwackelte Aufnahmen der Vergangenheit an. Der Bildstabilisator passt sich jeder Handbewegung an und Bildunschärfen werden automatisch minimiert. So gelingt Ihnen jede Aufnahme. Mit der integrierten Gesichts- und Lächelerkennung werden Porträt- und Personenaufnahmen zum Kinderspiel. Verpassen Sie kein lachendes Gesicht mehr. Der Panoramamodus hilft Ihnen, fantastische Panoramabilder zu erstellen. Wählen Sie Ihr Motiv. Machen Sie drei Fotos und Ihre Kamera setzt diese automatisch zu einem grossen Panoramabild zusammen. Die Ergebnisse werden Sie verblüffen. Über den grossen 7,6 cm Farbmonitor können Sie Ihre Fotos und Videos aufnehmen, Einstellungen an der Kamera ändern und alle Ihre Aufnahmen jederzeit in leuchtenden Farben betrachten. Ein weiteres Highlight der Tevion SZ7 ist die YouTube-Funktion. Videos lassen sich in idealer Größe und Qualität und kinderleicht in das Online-Videoportal YouTube einstellen. Schließen Sie Ihre Kamera einfach per USB-Kabel an Ihren Computer an. Wählen Sie die YouTube-Funktion und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Monitor. Fertig! Mittels dieser Funktion können Sie Ihre Videos ganz einfach Ihren Freunden und Verwandten übers Internet präsentieren. Eine 2 GB SD-Speicherkarte, ein Akku, ein Netzladeadapter, je ein USB- und Videokabel, die Bildbearbeitungssoftware, eine Tasche mit Gürtelschlaufe, eine Trageschlaufe sowie das Benutzerhandbuch runden das Komplettpaket der Tevion SZ7 ab. Tevion SZ7 14 Megapixel, 7-fach optischer Zoom, optischer Bildstabilisator für einzigartigen Foto- und Videospass. 2 examen Sie die Hühnerin, 2.0-jus. www.p-.c-s. 6.5-5-2.0-jus. 7.5-4-1.1-2.0-jus. Untertitelung des ZDF, 2020